Die Kreiskliniken Reutlingen GmbH haben jetzt im Klinikum am Steinenberg einen Kooperationsvertrag mit dem Verband der privaten Krankenversicherungen, kurz PKV, abgeschlossen. Dadurch erhalten die Kreiskliniken Reutlingen mit ihren Standorten in Reutlingen, Bad Urach und Münsingen das Qualitätssiegel, Qualität und Service der PKV. Und das freut uns sehr, weil darin zum Ausdruck kommt, dass wir eine überdurchschnittliche gute Qualität im Bereich unserer allgemeinen medizinischen Leistungen erbringen, aber auch im Wahlleistungssegment Einbettzimmer und Zweibettzimmer die entsprechenden Voraussetzungen bieten für unsere Patienten. Schon seit Jahren sind an deutschen Krankenhäusern Maßnahmen zur Qualitätssicherung und ein gewisser Standard bei den Krankenhausleistungen gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch soll die Qualität der Krankenhausleistungen im Interesse der Patienten gesichert und verbessert werden. Durch das Qualitätssiegel der PKV ist jetzt bestätigt, dass die Kreiskliniken Reutlingen dieser Pflicht voll nachgekommen sind. Wir haben dieses Projekt seit zwei Jahren, dass wir mit ausgewählten Krankenhäusern bundesweit eine Qualitätspartnerschaft eingehen. Wir erhoffen uns, dass unsere Patienten, die hier behandelt werden, medizinisch auf einem sehr hohen Niveau behandelt werden und genauso auch auf einem sehr hohen Niveau untergebracht werden in dem Bereich Wahlleistung und Unterkunft. Der PKV wird die Qualitätsdaten und das Leistungsspektrum der Kreiskliniken Reutlingen von jetzt an für seine Mitglieder auf seiner Webseite zur Verfügung stellen. Dadurch können sich die Patienten dann im Vorfeld einer möglichen Behandlung über das bestehende Angebot informieren. Mehr Transparenz wird als vorrangiges Ziel beider Partner angegeben.